Wir haben mit der SGF Rampenpuffer bis jetzt sehr positive Erfahrungen. Alleine von der Robustheit sind sie zum Wettbewerb robuster, stabiler und was wir auch glauben viel langlebiger. Die Langlebigkeit ist bei uns deswegen so entscheidend. Es ist ein ganz immenser Kostengrund. Der Verschleiß ist geringer und bis jetzt haben wir mit den Rampenpuffern die besten Erfahrungen gemacht. Professionalität von der Firma SGF, einfach das ganze System ausgeklügelter und ausgereifter ist und dahingehend zu den anderen Hersteller einen Vorteil bietet. Durch die Konstruktion von der Rampenpuffer von der Firma SGF und die darauf aufgesetzten Stahlplatten hat es einen immensen Vorteil. Der Rampenpuffer ist nicht zu einer großen UV-Strahlung ausgesetzt. Der Verschleiß ist nicht so groß und die Langlebigkeit ist damit einfach länger. Der Rampenpuffer ist insgesamt einfach sehr stabil und sehr gut nutzbar. Die Langlebigkeit und der Rampenpuffer haben Vielen Dank.